Hallo, ich bin der Herr Denradtke und habe über 50 Jahre lang mit Ölfarben gemalt und die letzten 20 Jahre auch unterrichtet. In dieser Zeit habe ich eine Lehrmethode entwickelt, die sogenannte pomponistische Lehrmethode, mit der Sie die Ölmalerei in Ihren Grundtechniken erlernen können. Pinselhaltung, Reinigung, Einsatz des Malmittels, Gebrauch der Farben und die Steuerung des Lichtes im Bild sind die wesentlichen Bestandteile dieser Methode. Bei mir lernen Sie keine Kunst, sondern die Handwerkzeuge, um später dann Gemälde jeglicher Art von der Klassik bis zur Romantik ins Modernen gestalten zu können. Wir lernen und üben an kleinen, fröhlichen Bildern wie Landschaften, Blumenbilder, Stillleben, Porträts und vieles, vieles mehr. Ich zeige und erkläre Ihnen genau und binselnah, was Sie machen müssen und worauf Sie achten müssen, um ein guter Dirigent des Lichtes zu werden. Wer das Licht darstellen will, muss den Schatten beherrschen. Mit diesem Leitsatz wünsche ich Ihnen viel Erfolg und fröhliches Mal. Wer das Licht darstellen will, muss den Schatten beherrschen. Wer das Licht darstellen will, muss den Schatten beherrschen. Vielen Dank.